Da sind wir doch wieder mit dem Buttermesser. Buttermesser. So, okay, jetzt muss ich mich erstmal wieder zurechtfinden. Aha, aha, hier ist eine Kiste. Das war's. Mehr musste ich nie wissen. Genau, wir müssen ja immer noch unsere, ja, böse Tochter finden. Und... Boah, ich muss mich jetzt ohne Spaß wieder zurechtfinden. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wir haben... Also, wir müssen da oben, das weiß ich. Stand ja auch da an der Wand. Aber, ähm, irgendwo war da noch was, wo ich was öffnen könnte. Oder? Konne ich nicht irgendwo noch was öffnen? So ein Secret. War das nicht unten? Ich guck noch mal ganz kurz hier. Hier ist nix. Weil hier oben war es immer, glaube ich, einmal durch. Ich würde trotzdem, ähm, es tut mir leid, es tut mir echt Sorge für die Leute. Aber ich würde trotzdem noch mal ganz kurz in die Rosenhock. So. Kennen wir doch schon, ne? Das Kabel ist komplett durchgeschmort. Wir hatten zwar ein Ersatzkabel, aber damit mussten wir schon etwas auf der Krankenstation 3F reparieren. Ich glaube, das haben wir schon durchgelesen. Aber guck mal, hier kann man doch irgendwas doch noch... Hier fehlt das Netzkabel, ne? Und da eine Sicherung. Könnte man die... Hä? Ich würde trotzdem noch mal zu F1 gehen. Ich will noch mal gucken, ob wir hier alles haben. Wow. Au. Ach man, ich habe mich gerade gehalten, du eklige... Weil mir war es so, dass wir... Irgendwo... Ich glaube, das kennen wir auch schon. Oder warte mal, ich glaube, das müssten wir kennen, ne? Wieso haben wir... Haben wir... Haben wir noch nicht gesehen. Ich lehme so langweilig, ja jeden Tag nur das selber alte Meer. Ob wir eine Sache neu sind. Weiß ich nicht, aber ich glaube, das müssten wir schon haben, ne? Ich vermisse dich in Liebe, Jim. Okay. Jim vermisst, ähm... Ja. Ne, ist auf dem Meer, vermisst seine Familie. Interessierte Kai. Pech gehabt. Da soll der sich einen anderen Job suchen. Mensch. Sorry, dass ich manchmal jetzt hier ein bisschen so aufs Handy gucke. Ich muss darauf achten, dass ich meine Arbeit anrufe, denn ich bin ein bisschen kränklich. Muss heute einen Corona-Test machen. Ist negativ ausgefallen, aber muss trotzdem jetzt erstmal zu Hause bleiben. Leider. Aber gut. Geht jetzt gerade nicht anders. Ähm, muss ich kurz gucken. Ähm, ich habe zwar jetzt meine Arbeit... Die wollte sich nochmal melden. Also kann sein, dass ich kurz mal hier schneiden muss, ne? Weil sie sich jetzt meldet. Mitten bei der Aufnahme. Das war's, ne? Ich glaube, mehr hatten wir jetzt hier nicht mehr. Warte mal, ich gucke nochmal hier. Ach, ne. Wir gucken doch nie hier. Alter. Ich kann halt mit meinem Buttermesser nichts machen. als ob das den Leuten... Oh, fuck. Oh. Fuck, Mutti. Okay, wir haben hier unten... Boots fahren auf den Amazonas, okay. Wir haben hier unten noch... Oh, nee, da... Ey, jetzt mal ganz ehrlich, dafür bin ich jetzt wirklich zu faul, ne? Um mir das hier durchzulesen. Ich mach das jetzt einfach mal ganz schnell. Ich mach das jetzt einfach mal ganz schnell. Und dann soll ich bitte auch die Welt so wissen, was hier vorgefallen ist. Und ich hatte gestern die Nachtschicht und hier in meiner Kajüte. Ich war schon halb eingeschlafen, als ich ein Kind, ein kleines Mädchen lachen hörte, ne? Yves, hat der Lachen gehört. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich wachte 19.30 Uhr auf. Es gab einen Unruhe auf den Gang. Der Ingenieur kam rein und sagte, es gehe unten vor sich. Okay, das war vor der Ausschreitung. Er sah plass im Gesicht aus. Er sagte mir, er würde nach unten gehen und nachsehen. Er kam nie zurück. Okay, da ist der Ingenieur schon gestorben. So ging 19.50 Uhr hörte ich einen Schrei. Ich ging zum Waschraum, um nachzusehen und sah, wie Klerk von einer Art schwarzen Monster gefressen wurde. Das Monster drehte sich und kam direkt auf mich zu. Große, Hai-ähnliche Zähne stappten in seinen Kiefer. Ich schrie wie ein kleines Mädchen und machte, dass ich wegkam. Jetzt kauere ich auf den Kajüten, schreibe diesen in die Hand. Okay, der hat hier nur aufgeschrieben, was hier passiert ist. Sehr schön, das freut mich. Harte mal, ich habe doch Bomben, ne? Wenn ich jetzt hier, kann ich doch für eine Bombenstimmung sorgen, ne? Was? Das war scheiße. Dann machen wir das jetzt anders. Da laufe ich jetzt einfach hier so einen Kreis. Ah, wir sind durch, ne? Okay. Also wir haben hier unten eine Tür, die wir noch öffnen können. Okay, gut zu wissen. Dafür brauchen wir aber halt auch die Säure. Und wir haben doch jetzt eigentlich einen Schlüssel, ne? Genau. Das heißt, wir können jetzt ganz hoch und wir können die Waffe holen. Das können wir mögen. Okay. Sorry, ich habe gerade eine Nachricht von der Arbeit bekommen. Ähm. Ich fau in Säcke, die rufen mich noch nicht mal an. Äh, äh, an. Äh, an. Das war meine Schichtleiterin. Ich habe nämlich geschrieben, sie soll heute mal einen Apfel essen. Und hatte gern wohl, ich werde heute vielleicht sogar zwei essen. Ja. Deshalb. Ähm. Moment. Äh, äh. Ja. Oh, jetzt hat, warte mal. Jetzt hat mich die Nachricht hier. Hä? Wie, wie? Achso, warte mal. Hä? Nee, hä? Wie komme ich denn hier nochmal von hier? Achso, ja, hier. Ist eine Luke. Oh, echt, die Viecher nerven mich. Hier. Sorgen wir nochmal für Bombenstimmung. Ah, bei denen hat es geklappt. Pech gehabt. Warum. Oh, Schatz, das hat nie gereicht. So. Waffe nehmen. gut okay hier müssen wir hin das war die Etage wo wir hin müssen das heißt wir werden jetzt wieder weil wir haben ja hier oben nichts hab ich, ach ich muss nochmal da reingucken ich bin heute ein bisschen komisch um die Uhrzeit um die Uhrzeit bin ich eigentlich noch gefühlt 8 Stunden auf Arbeit so komisch und Sonne scheint das ist ja ungewohnt deshalb bin ich gerade irgendwie so ein Arbeitsmotus und nicht wirklich jetzt gerade hier in im Spielgeschehen drin verzeiht mir bitte so ähm okay wir haben jetzt hier alles das heißt wir können jetzt runter wieder hä jetzt bin ich gerade irgendwie überlegen ne das können wir dann eigentlich nur boah schaffe ich das Geronimo Ebene 3 hier müssen wir hin hier werden wir gebraucht hab ich gehört ah ja das hat man auch schon oh ne tut das not ok dann haben wir das schon mal ich hab immer das Gefühl die spawnen unendlich wir brauchen halt immer noch die Säure wir haben noch keine Säure und ich sollte vielleicht mich mal heilen warum ich das da drüber immer mache weil irgendwie die die Schnellwalltasse nicht so wirklich funktioniert aber hä wo sollten hier bitteschön noch die Säure wir waren doch überall wo sollten hier noch Säure rumliegen da müssen wir rein also da müssen wir ne also da wo wir gerade her kommen ich hab schon wieder vergessen das war irgendwo hier aber wir können aber hier mal speichern wir brauchen jetzt Säure das ist halt das da hinten müssen wir weiter so um da weiter zu kommen müssen wir irgendwo 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 Säure finden gut dann gehen wir erstmal wieder hier runter Mensch ich will die Säure haben du Vogel die Nerven hier hier Problem ist wie schon gesagt ich hab das Gefühl die spawnen eh immer wieder neu ne also Baller hier einfach hab ich ja ich hab doch einmal Säure hier gelagert aber die hab ich schon genommen ne boah ich bin jetzt gerade irgendwie hm ach nee schuldig jetzt aber wenn ich weiter hier so rumkurve hab ich gleich keine Munition mehr wo könnte denn hier noch Säure liegen Hallo Säure Säure wo sind Sie liebe Säure sagen Sie was was Säuriges wo komme ich hier nochmal hin ah ich bin ein Schikrit sie sind genauso wie die Triche wo sollen denn hier ich kann mir nicht vorstellen dass man das ne mach ich ne oder ach ich bin so dumm ok wir haben jetzt nen Dietrich ok wir wissen eigentlich wenn ich das nicht vergessen hätte müssten wir wehs scheiße irgendwo bald so war oben glaube ich die gehen mir echt auf den Sack hier ficken sie sich komm her Peniskopf oh ja jetzt haben wir die war oben glaube da wo wir lang müssen und ich denke mal da drin wird Säure sein das heißt gehen wir mal in die Russenhocke gehen wir mal hier wieder hoch ich denke mal ich denke mal ich denke mal ich denke mal da wird Säure sein und wir werden jetzt mal gucken ob wir hier Säure haben wir haben jetzt einen Dietrich das war falsch das wusste ich ich wollte euch zeigen dass der Weg falsch ist scheiße ja ok aber mit der Säure will ich noch nicht das hier öffnen weil wir haben ich glaube also wenn jetzt hier keine Säure drin ist hier ist keine Säure drin echt nicht hier ist keine Säure drin öff ok das hat mich jetzt das hat mich jetzt ein bisschen ähm hallo Dickerschen Mia alter echt geht mir auf den Sack willst du das ich lagen sie nie mehr hier funny fresh alter Spiderman ey Spiderman stirbt 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 der jetzt ja ich hab noch nur sieben so einen Schuss Bau okay wir müssen jetzt irgendwie gucken dass wir wirklich ganze Zeit speichern das ist irgendwie wir machen mal hier einen neuen Speicher weil wir gerade echt extrem beschissen mit unserer Munition umgehen das ist gerade echt ein bisschen doof da wissen wir ja wo die reinkommt kann man hier durch man kann hier durch man kann hier nicht durch echt jetzt boah ich bin jetzt am überlegen ob ich hier mal eine Bombe ich hab halt nur noch eine ne aber was soll der was soll der Geiz legen wir hier so eine Bombe hin hallo ne da funktioniert es nicht es funktioniert nur genau vor der Tür ich bin nämlich Profi ich weiß das oh der ist schon tot der ist ja also bitte okay ich kann die immer hier rausnehmen das ist gut ähm hab ich die welche wenn ich jetzt mal wüsste welche Tür ich da mit geöffnet hab Moment warte mal ich muss mal ganz kurz gucken steht das hier irgendwo ah es führt halt nach oben ne hängt es irgendwie an dass hier wieder so ein ekliger Typ ist äh 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 ich müsste halt wirklich jetzt wissen was ich damit geöffnet hab ne das wäre sehr praktisch aber ich glaube nichts hier unten ich guck noch mal ganz kurz ich guck noch mal ganz kurz okay ich hab nix geh jetzt auch mann ähm 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 äh ähm ähm Ja, jetzt müssen wir erstmal die Tür finden, die ich geöffnet habe. Müsste ja irgendwo hier irgendwas sein, ne? Laut Adam Riese. Nee, hier waren wir ja. Oder ist es hier direkt auch in der Mitte? Was, hä? Was habe ich denn geöffnet? Was, hä? Was, hä? Was? Wie? Wie? Was? Hey, wie kommt man, verstehe ich jetzt gerade nicht, wie kommt man zum Duschraum und zur Krankenstation, macht man das über Trette? Jetzt mal ohne Spaß, ich weiß nicht, was ich geöffnet habe, kein Plan, ich habe irgendwas geöffnet, aber ich weiß nicht was. Moment, doch, das müsste ich, hä, stimmt, hä, warum lässt sich das nie öffnen, das habe ich, das müsste, das soll jetzt hier sein, warum lässt sich das nie öffnen, wir haben doch unten eine Sicherung reingemacht, ne, das müsste doch das Ding jetzt hier sein, Laut Kabel, ne, und das würde ja passen, das ist genau unter mir, ne, jetzt mal kurz hier gucke, auf dem Halsraum, und wir waren im, waren wir F1? Ja, wir waren F1, ne, F3, ich weiß nicht, das Schiff verwirrt mich, ähm, Es triggert mich, dass ich jetzt nicht weiß, was ich geöffnet habe, ne? Das triggert mich auch, hier müssen, hier brauchen wir ein Ding, Säure. Ich dachte, ich probiere es mal von der Seite, aber okay. Wir können natürlich nochmal ganz oben gucken, vielleicht... Habe ich auf der Ebene was geöffnet, aber ich wüsste halt auch nicht, was... Ach, warte mal, Moment. Ach, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Never haben wir hier hinten die Tür geöffnet. Aber hier brauchen wir ja die Säure, ne? Hä, was habe ich denn? Hä? 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 Ich bin jetzt ganz leicht verwirrt, verwirrt, verwirrt. Boah, Alter. Ey, die Böcher. Was öffne ich damit? Öffne ich damit nix. Das kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen. Warte mal, ich... Ich beruf mal. Wir machen das jetzt mal raus. So, warte mal. Ist alles offen. Alle Räume sind offen. So, jetzt machen wir es mal rein. Ne, ich dachte, der geht auf. Papierchen. Hä? Lagerraum, Waschraum. Hä? Das ist der Waschraum? Daneben ist der Lagerraum. Gut, dann machen wir das Ding jetzt erstmal in... Warte mal. Gut, damit kriegt man die Tür auf. Logischerweise. Aber die könnte man... Ah, ne, die kann man nicht mit Säure. Die kann man nur mit der Mehrzweck-Säure-Tür rum. Okay. Boah, Alter. Die... Die Wand hat mich gerade übelst erschrocken. Oh, scheiße. So, wir machen jetzt mal die... Boah. Machen wir mal die Merkzweck-Kacke hier rein. Bringt mir halt nichts, weil mir fehlen hier noch die Kabel. Das Netz-Kabel. Müssen wir jetzt einen Raum finden. Wo wir das Ding noch verwenden können. Nur die Frage ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste nicht wo. Weil hier oben war ja nichts, ne. Da können wir nochmal schnell gucken. Da ist nur ein Schacht. Wird nirgendwo hin. Okay. Da haben wir ja nur die Bomben gefunden. Und den Dietrich. Ne, warte mal. Ich will nochmal ganz kurz... Ey, mach die Tür auf, Mann. Mutti. Dankeschön. So, dann können wir nochmal... Hier kann man mit der Sicherung auch nichts anfangen. Hier kann man mit der Sicherung auch nichts anfangen. Okay, auf dem Deck können wir auch nichts mit der Sicherung... Mit der Versicherung anfangen. Weil die keiner kaufen will. Die Kacke. Lass mich hier hoch. Ne, das ist der Schacht. Nicht die Treppenhaus. Nicht die Treppenhaus. Einfach die Sicherung rein machen. Ich bin jetzt... Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Etwas überfragt. So ganz leicht überfragt. Wir haben eine Sicherung. Ich gehe nochmal ganz hoch. Wir haben eine Sicherung. Wir können auch mit der Sicherung nirgendwo wirklich was machen. Wir können den Treppenhaus die eine Tür öffnen. Das war's. Dass wir einen schnelleren Weg haben. Wir haben da eine Sicherung in... F1 glaube ich war's. Also in Floor 1. Das muss ja irgendwas öffnen. Aber ich wüsste halt nicht was. Ich bin bestimmt schon 5000 Mal vorbeigelaufen. Kann ich hier was mit der Sicherung machen? Nein. Kann man hier vorne vielleicht irgendwas mit der Sicherung machen? Oder liegen hier die K... Vielleicht... Ich kann mir halt nur noch vorstellen, dass ich irgendwo die Kabel in irgendeinem Raum einfach die Kabel 30.000 Mal übersehen habe. Kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. So wie ich mich kenne. Irgendwo ist ein Raum, wo die Kabel... Wo da sogar drüber steht. Ganz, ganz dick Kabel. Und ich hab's übersehen. Sollten die Entwickler mal für Idioten einführen. Dass man... Also nur für mich. Dass die ganz, ganz groß... Kabel drüber schreiben. Wenn man was sucht. Eigentlich was man natürlich machen kann. Wir können natürlich mit dem Zeug mal hier rumlaufen. Also hier kommen wir... Stimmt ja. Mit dem Zeug könnte man rumlaufen. Und mit dem Zeug mal gucken. Steht hier irgendwas von Kabel? Krank... Achso. Auf der Krankenstation 3F reparieren. Sollte ich vielleicht einfach mal lesen. Im Floor 3. Okay. Okay. Das ist falsch, wie ich gerade laufe. Hey, aber wie komme ich denn hier? Aber wie... Achso. Von Steuer rum würde ich dann in die Krankenstation kommen. Das ist ja ganz große Klasse. Dann komme ich dann hier lang. Ja. Wow. Super. Das hilft mir ja wirklich richtig gut. Das hilft mir ja wirklich richtig gut. In der Folge nicht so viel geschafft. Wir müssen halt... Ja. Restliche Zeug finden. Das finden wir irgendwie noch. Wir werden jetzt danach einfach mal... in der nächsten Folge ganz tief runter gehen. Und da mal gucken. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Und sonst müssen wir... Boah. Sonst keine Ahnung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sonst keine Ahnung. Aber wir werden irgendwie... Werden wir schon was finden. Müssen wir gucken, wie wir was machen. Wir brauchen halt... Scheiß Säure. Ohne Säure können wir nichts machen. Amini. Ja. Ich hoffe es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Wir sind definitiv da. Die Vakuse sind tief in der nächsten Aufnahme. Bis dann. Haut rein und tschüss.